Springen war die Devise. Da fall ich jetzt nicht nochmal drauf rein. So. Da hab ich ja glatt was übersehen. Und hier komm ich ja dann ran. So. Ich hab zwei Kanister. Gut, dann können wir jetzt zum Generator gehen und mit dem Aufzug hochtuckern. Ah ja, spring auch dran. Ja, die Action geladene Musik ist unnötig, weil ich hier hinten Haken habe. So. Ich mein, ich kann mich auch hier ausruhen. So. Was ich da gemacht hab, ey. Meine Güte. Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg. Brauchst das jetzt nicht alle fünf Minuten einzublenden. So. So. Äh. Hopp. So. Ah, scharf. Endlich geht's weiter. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Es wird schon irgendwo Zeit. So. Wenn ich immer noch Bedenken wegen dieser Kugellosigkeit hab. So. Ah, da oben steht ja was auf dem Aufzug. Ja, wir besorgen die Medizin aus der Kiste. Ähm. Soll das so sein? Jetzt weiß ich ja nicht mal aus welcher Richtung ich rausklettern muss. Hm. Ich klett auf einmal hier raus. Okay. War wohl nicht richtig. Dann probieren wir's auf der anderen Seite. Ah ja. Hier ist eine Kletterstange. An einem Aufzug. Und der Aufzug wurde so eingerichtet, dass er, ja, so gesehen mit der Tür zum Nichts fährt. Also den Konstrukteur, den möchte ich mal sehen. Nicht grad der hellste, der Mann. Okay. Hier brauche ich. Definitiv einen. Hätte ich doch nicht gebraucht. Naja. Was soll's denn? Hm. Das ist aber nicht schön. Oh, ein neuer Kletterhaken. Das ist wiederum schön. So. Schluss mit lustig. Jetzt wird geklettert. Das könnte wehtun. Waaahhh. Gott. Ein Soda-Getränk. Ich bin nicht den ganzen Weg umsonst geklettert oder wie. Einmal rüber. Ja, ich rufe mich jetzt hier aus. So. 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 Ok, was ist das- So. SchüB. Nein, ich sprüB mal außen herum, weiter zu klettern. So Ja, das war doch kein Fenster Ich mein Fenster schon, aber nicht die Art, die ich brauchen könnte Verdammt, er ist zu weit Schweren 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 Wie soll denn das gehen? Ich muss theoretisch... Das war schon knapp. Ja, gebe ich zu. Das wird auch jetzt gleich noch viel knapper werden, ich habe nämlich keine Dinger mehr. Ne, das geht nicht gut aus. Ich habe wieder keine Kletterhaken. Da ist was weit um das ohne Kletterhaken zu machen. So... Wir haben auch nicht so Ausdauerkapazität, doch ein bisschen. So... Das war wohl nicht der klügste Weg durch. Aber naja... Wir sind jetzt zumindest hier hinten. Ich fürchte allerdings, dass wir uns wieder rutschen lassen müssen. Oh, das war knapp. So... Oh, was haben wir denn da? Ein Kletterhaken. Na Gott sei Dank. Und ein Obstalat. Ähm... Dann weiter. Wir wollen ja heute nach oben ankommen. Ja, ein Kletterhaken habe ich. Ja, ein Kletterhaken habe ich. Ich gehe jetzt noch da hinten die Sachen holen. Ja... 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 Mach nichts. Ich stehe nicht so auf mein Leben. So... Wir hängen uns kurz an den Kletterhaken. Na, komm... Englisch ein Kletterhaken. So... Und jetzt ab durch die Mitte. Oh, verdammt. Sowas kann er nicht. Da sollte ein paar Kletterstunden mal Ezio nehmen. Da wären wir jetzt schon oben. Oh, 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 oh. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wir müssen noch mal was schlucken. So... Ja, das war's dann auch. Oh Gott, zieh dich doch hoch. Nein... Zieh dich hier hoch. Oh Gott, zieh dich hoch! Oh Gott, zieh dich hoch! Hier sind sie. Antibiotika für May. Und was ist das? Ein Grapplinghook. Sie haben in diesen Boxen gebraucht. Jetzt, wir gehen zurück zu May. Okay. E. Wie einfach. Achso. Okay.